Hallo, schön, dass du beim nächsten Video bist. Also bislang haben wir uns ja hier mit den Kamerafahrten beschäftigt, die sind aber noch so ein bisschen schwierig einzustellen und mit der Maus muss man irgendwo hinfahren. Jetzt gucken wir uns ein paar Tricks an, wie das Ganze besser geht. Und zwar bauen wir uns ein Projekt, das nennen wir Teneriffa und das starten wir mal. Wir lassen die Parameter alle, wie sie hier eingestellt sind. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal Teneriffa suchen. Das habe ich hier schon eingegeben. Adiche in Spanien, das ist Teneriffa. Und wenn wir hier mal rauszoomen, dann sehen wir hier oben auch den Vulkan, den Tede. Und wir können mit der Option-Taste hier das Ganze schön kippen und sehen jetzt hier wunderbar diesen Vulkankegel. So und schön wäre es ja, wenn wir jetzt eine Kamerafahrt um diese Spitze von diesem Vulkan machen können. Und das geht mit den Sachen, die wir bislang kennengelernt haben, nicht so toll. Da muss man nämlich immer dann die Maus richtig bewegen und diese ganzen Animationen, die werden ein bisschen ruckelig. Und deswegen werden wir jetzt etwas anderes machen. Ich werde nochmal die Kamera kippen, dass wir auch wirklich da diese Spitze treffen. Da sind wir genau an der Stelle und da drücke ich die rechte Maustaste und sage, hier möchte ich das Kameraziel festlegen. Und ihr seht, in dem Moment kommt hier so ein Fadenkreuz. Das ist das Kameraziel jetzt, was wir sehen. Aber wo ist die Kamera? Und um die anzuzeigen, klicken wir hier an die Seite auf die Ansicht für zwei verschiedene Fenster. Und ich habe hier in der Ansicht, die jetzt hinzugekommen ist, die Ansicht von oben gewählt und hier rechts die Ansicht der Kamera, so wie es eingestellt war. Und genau hier sehen wir jetzt tatsächlich auf diesem Bild diese Ansicht, die wir hier wieder gespiegelt bekommen. Die Kamera guckt von oben auf dieses Ziel. Und jetzt werden wir das Bild mal hier so ein bisschen kippen und gucken, was die Kamera jetzt macht. Und wir schauen nochmal hier, müssen ein bisschen rauszoomen. Die Kamera steht jetzt hier am Rand des Vulkans und schaut genau dahin, wo die Spitze definiert ist von uns. Das haben wir also da genau hingelegt. Und wie wäre es jetzt, wenn wir das mal speichern? Das machen wir über die Keyframes hier oben. Alle Positionen speichern wir. Und jetzt bewegen wir hier auf diesem Bild die Kamera um den Vulkan herum. Schaut mal einmal auf die andere Seite. Und wir können selber bestimmen, wie nah wir da rangehen wollen oder ob wir weiter wegfahren wollen. Und das hier ist die Position, wo wir eigentlich hinwollen. Jetzt haben wir nur einen Fehler gemacht. Wir haben das für die Sekunde 0 gemacht. Das müssen wir natürlich hier hinten irgendwo machen für die Sekunde 211. Jetzt haben wir hier Frames eingestellt, sind dann nicht Sekunden. Aber es macht nichts. Ungefähr hier setzen wir uns hin. Und an der Stelle bewegen wir die Kamera nochmal da drum. Die Ansicht verkleinern und dann bewegen wir die Kamera hier drumherum. Und ihr seht, nun können wir das Ganze als Keyframe setzen. Und tatsächlich bekommen wir hier so eine Animationsfahrt der Kamera. Wir gucken uns das mal an. Die Kamera fährt entlang dieser Linie vom Punkt A nach Punkt B. Aber sie schaut immer auf das Ziel, was wir dort haben. Also ständig auf den Vulkankegel. Und damit haben wir natürlich eine schöne Animationsphase hinbekommen. Aber wie wäre es, wenn wir an der Stelle jetzt hier in der Mitte, wo die Kamera hier steht, ein bisschen weiter wegkommen von diesem Ganzen. Wir bewegen die Kamera also hier so ein bisschen weiter raus. Ruhig hier hin. Und definieren jetzt an der Stelle die Keyframes neu. Und schaut mal, was mit dieser geraden Linie passiert. Die wird nämlich jetzt geglättet und als Kurve dargestellt. Und genau so fliegt die Kamera jetzt. Das genau, immer mit Blick auf die Spitze, auf unser Kameraziel, fliegen wir hier um diesen Vulkan herum. So wie das hier vorgesehen ist. Und auch hier findet ihr an der Stelle so Anfasser. Wir müssen ein bisschen näher heranzoomen, dann kann man die besser sehen. Denkt dran, die Tasten J und K springen immer zu den entsprechenden Keyframes. Und wir springen jetzt hier genau auf diesen Keyframe. Und an der Stelle können wir hier die Kurve noch verändern. Wir können die also wesentlich smoother machen, indem wir sie hier auseinanderziehen. Und dann ist die Kamerafahrt da drum noch viel kreisförmiger und ruhiger. Und jetzt markieren wir hier die hinteren Keyframes. Sagen automatisch easen, also automatische Beschleunigung. Auch hier das Ganze nochmal mit easing machen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Die Kamera fährt erst langsam los, beschleunigt jetzt auf der Strecke. Und fährt dann bis zum Schluss hier mit der Beschleunigung rein und bremst da wieder was ab. Ja, also dadurch haben wir eine sehr natürliche und schöne Kamerafahrt um ein Objekt. Und das macht wirklich Spaß. Und man muss ein paar Mal gemacht haben, damit man begriffen hat, wie das funktioniert. Aber damit lassen sich um bestimmte Gebäude eben schöne Kamerafahrten starten. Ja, so einfach lassen sich mit paar zusätzlichen Tricks hier diese tollen Kamerafahrten machen. Ich finde das toll. Es kommt so einfach daher. Es ist total mächtig. Und ich bin gespannt, was für spannende Sachen ihr da kreiert. Und ja, das soll es für die kleine Miniserie gewesen sein. Viel Spaß beim Animieren und beim Erstellen eurer tollen nächsten Urlaubsfahrten über eure Urlaubsziele. Das macht wirklich super Spaß und es ist kostenlos.